Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Real-Life-Video heute in meinem Haupt-Zocker-Zimmer. Genau, ich wollte euch nur mal sagen, ihr wisst ja, dass ich zur Zeit ja hauptsächlich in einem ganz alten Schuppen wohne. Besser gesagt, ich wohne in meinem Hotel und das ist ja, mein Zimmer ist ja von 1970. Und nächstes Jahr, so Februar, März, wird es endlich soweit sein, der YouTube Gamescom bekommt seine eigene Wohnung. Bedeutet, dauerhaft zocken, aber egal, ja, gut, damit ihr Bescheid wisst, ne, nächstes Jahr wird geil. Jo, was mache ich gerade? Ich zocke gerade mein, das geilste Spiel der Welt, Fallout 3. Hier hinten zocke ich gerade, ihr seht ja, müsst ihr eigentlich erkennen, oder? Ich glaube, ich kann schwer erkennen hier, YouTube Gamescom. Auf der Playstation 3 bin ich wieder am Start hier. Ja, warum mache ich dieses Video hier um heute? Ja, letztes Mal 1800 Abos, habe ich mich noch gar nicht richtig bedankt. Heute ist es mal wieder Zeit. Vielen Dank hier, ihr seid echt wunderbar. Ich kann jetzt natürlich, was soll ich jetzt sagen, mehr als Danke. Mein Danke ist auf jeden Fall ehrlich gemeint. Danke, Mann, für dein Abo. Vielen Dank und ich hoffe, wir werden noch viele Abenteuer erleben, von Nord Creek bis Actionville, oder wie das heißt, von, 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 was weiß ich, von PS4. Wir werden alles erleben und die PS4 wird kommen. Ich werde, ich werde wechseln zur PS4. Wird aber ab und zu mal auf der PS3 auch online sein. Ne, PS4 wird ja echt geil. Aber erstmal Danke für 1810 Abonnenten. Hammergeil, danke. Moin, moin.